Freisein, so heißt ein Buch mit Hör-CD, das von der Freiheit des Kindseins und von menschlichen Werken wie Vertrauen, Verantwortung, Würde, Liebe, Respekt und Gemeinschaft handelt. Julia Sparber von Ubuntu, der Kulturinitiative von SOS Kinderdorf, stellte das Buch im Rahmen einer Präsentation in der Burg Haseck in Hall in Tirol vor. Die Schauspielerin und Autorin Brigitte Jaufenthaler, die Malerin Heidi Holleis und der Musiker Paul Heiß schnürten in einer besonderen Zusammenarbeit ein Paket aus Liedern, Bildern und Texten, die sich zum Hörbuch Freisein verdichteten. Nach einer Einführung durch Heidi Holleis las Brigitte Jaufenthaler aus dem Werk und begeisterte gemeinsam mit Paul Heiß das Publikum. Warum bist du in dieses Haus eingebrochen? Ich bin nicht eingebrochen. Die Kellertüre war unversperrt. Ich habe gerufen, als ich hineingegangen bin. Ich wollte fragen, ob ich duschen darf. Als sich keiner gemeldet hat, bin ich die Treppen zur Wohnung hochgegangen und niemand hat mich aufgehalten. Das Buch Freisein ist über www.ubuntu-imst.at oder www.sos-kinderdorf.at zu bestellen, sowie in der Thalia-Buchhandlung Wagnersche in Innsbruck erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017